Ja, herzlich willkommen zum Türchen Nummer 19, 18, 70, ich weiß nicht, vor lauter Süßigkeiten, weil ich gar nicht mehr, welcher Tag heute ist, deswegen gehen wir am besten einmal zum Adventskalender und ich habe nur kontrolliert, ob noch alle Kekse da sind, sind sie auf jeden Fall, der 19. ist heute, dann schauen wir doch mal nach, was es heute gibt. Oh, ein Zettelchen, 19. Dezember, ein mögliches Dessert, oh, wir kochen wieder, oh, ich liebe es, gebrannte Mandeln, die ganzen Weihnachtsmärkte haben ja dieses Jahr leider geschlossen, also müssen wir uns da irgendwie selbst helfen, deswegen machen wir heute gemeinsam gebrannte Mandeln und wir gehen los in unsere Küche. Uh, man hat mir hier auch alles schon vorbereitet. Dann schauen wir uns doch mal gemeinsam kurz das Rezept an. Wir brauchen 200 Gramm Zucker, wir brauchen 80 Milliliter Wasser, ein Päckchen Vanillezucker, dann ein Teelöffel Zimt ist dabei und dann haben wir hier hinten noch eine Prise Salz wieder versteckt und wir brauchen 200 Gramm Mandeln. Als erstes machen wir natürlich die Pfanne an, das ist ganz wichtig, nicht so wie den Ofen vergessen. Ruhig auf höchster Stufe und wir schütten alle Zutaten bis auf die Mandeln einmal zusammen rein. Einmal den Zucker, ich mache mich gleich auch schön wieder, dann einmal das Wasser dazu und den Vanillezucker, Zimt und die Prise Salz. Dann wird alles einmal kurz so ein bisschen verrührt. So, verrühren. Es duftet auf jeden Fall schon nach Weihnachtsmarkt. So, wenn alles gut verrührt ist, einfach kurz ein bisschen warten, bis das Ganze aufkocht und ja, in der Zwischenzeit mache ich mich mal schön, habe wieder meine Schürze mit dabei, meine Ölchen raus. Schleife noch rein. Was isst ihr denn immer so auf dem Weihnachtsmarkt? Also seid ihr eher so die Fraktion gebrannte Mandeln oder die Fraktion Schokofrüchte? Also ich mag tatsächlich gerne beides, also das ist klar, aber es fängt schon ein bisschen an zu blubbern, tatsächlich esse ich lieber gerne die gebrannten Mandeln. Es gibt auch viele andere Variationen von Erdnüsse, habe ich auch schon mal gesehen, Cashewkerne, alles Mögliche und ich würde sagen, nee, wir müssen noch ein bisschen warten. Wir sehen uns gleich wieder. Es fängt an. Okay, es fängt jetzt langsam an, hier ein bisschen zu brodeln. Wir müssen es wirklich einmal aufkochen lassen, ruhig auf höchster Stufe und einmal leicht umrühren, weil unser Topf ist leider ein bisschen größer als die Herdplatte. und wenn das Ganze blubbert, können wir auch schon die Mandeln dazugeben und alles kräftig verrühren. Ab jetzt heißt es eigentlich die ganze Zeit rühren, rühren, rühren. Wir rühren uns zu Tode. Nein, Quatsch. Ja, ich rühre. Wir warten jetzt eigentlich nur darauf, dass das Wasser so ein bisschen verdampft und die Masse etwas zähflüssiger wird. In der Zwischenzeit mache ich jetzt hier Multitasking in der Hoffnung, dass ich nichts kaputt mache und breite mir schon mal mein Backpapier aus. Wunderbar. Und rühre weiter. Und rühre weiter. Und rühre weiter. Deswegen sage ich jetzt nichts. Und rühre weiter. Und rühre weiter. Eine Ewigkeit später! Ich kann auch hier so in der Hoffnung, dass man das Blubbern hört. Nach ungefähr 5 Minuten fängt das Ganze an, jetzt hier etwas zähflüssiger zu werden. Also es fängt an zu karamellisieren. Wichtig ist wirklich, die ganze Zeit weiter rühren, weil ansonsten brennt euch das Ganze nämlich an. Und wir warten jetzt auf den Moment, wo die Mandeln ein bisschen bröseliger werden. Ich habe schon einen Rührarm. Nimm mal links. Fühlt sich komisch an. Ja, jetzt müssen wir gleich aufpassen. Es riecht immer mehr nach Karamell. Und jetzt könnt ihr so langsam die Temperatur ein bisschen runterschalten, dass ihr nicht mehr die volle Hitze drauf habt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich versuche es mal so ein bisschen zu kippen. Es wird immer zähflüssiger. Und wir rühren und rühren und rühren. Ja, jetzt ist es langsam soweit. Es wird bröselig. Die Temperatur ruhig noch weiter runterdrehen, damit jetzt nicht im letzten Moment noch alles anbrennt. Upsala, da ist mir was daneben gefallen. Und dann kippen wir das Ganze auf unser Backblech. Kleiner Tipp beim Karamell. Am besten jetzt ein bisschen Wasser reinkippen. Auf dem Herd stehen lassen, Deckel drauf. Dann erledigt sich das Klebeproblem eigentlich von selbst. Ich habe jetzt hier kein Wasser, also darf ich gleich ein bisschen schrubben und kratzen. Wenn wir das Ganze hier auf unserem Backblech haben, könnt ihr das mit zwei Gabeln oder mit einem Messer oder was auch immer oder Löffel ein bisschen verteilen und ganz, 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 ganz wichtig bei Karamell abkühlen lassen. Es ist extremst heiß. Ich spreche da aus Erfahrung. Denn ich bin auch heiß. Nein. So. Die zwei auch noch mit dazu. Und dann würde ich sagen, Guten Appetit. Guten Appetit.